Liebe Zuschauer, in dieser Sitzungswoche wollen die Altparteien die Debattenzeiten im Bundestag kürzen. Auch Linke, Grüne, FDP unterstützen das Vorhaben. Warum machen die das? Gerade die Oppositionsfraktionen sollten doch ein Interesse daran haben, die Politik der Regierung im Parlament kritisieren zu können. Die Antwort liegt auf der Hand, wenn man sich die Reichweite der Bundestagsreden im Internet mal ansieht. Wie unterschiedlich sich die Bürger für die Reden der verschiedenen Fraktionen im Internet interessieren, das sehen Sie auf der eingeblendeten Grafik. Zu sehen sind die Aufrufe auf der Hauptplattform für Parlamentsreden auf YouTube in den zurückliegenden 30 Tagen. Und Sie sehen, alle Bundestagsfraktionen stellen mittlerweile die Reden ihrer Abgeordneten ins Internet. Fast 90 Prozent der Bevölkerung informiert sich im Netz. Und Sie sehen jetzt auf der Grafik ganz rechts der mickrige Balken in Rot. Das ist die SPD. Die hat gerade einmal 7.880 Aufrufe. So viele Bürger haben sich die Videos der SPD-Fraktion angesehen. Das Interesse ist also mickrig. Fast gar nicht da. Bei der CDU sieht es nicht viel besser aus. Die hatten 27.000 Aufrufe. Am stärksten unter den Altparteien ist noch die Linke mit 260.000 Bürger, die sie erreicht haben. Und der blaue Balken ganz links. Sie werden es sich gedacht haben, das ist die AfD. 1,9 Millionen Mal wurden die Reden unserer Abgeordneten aufgerufen. 1,9 Millionen Mal. Unsere Fraktion ist also 50 Mal interessanter als die gesamte GroKo. Alle Fraktionen der Großen Koalition. Kein Wunder, dass die CDU und SPD die Debattenzeiten kürzen wollen. Und besonders erbärmlich ist aber, dass FDP, Grüne und Linke dabei mitmachen. Das ist doch die Opposition, die Altparteien-Opposition. Die müssen doch um jede Minute Redezeit kämpfen. Machen sie aber nicht. Weil deren Rede auch kaum noch jemand hören will. Das kann man messen. Die Zahlen sind deutlich. Der ganze Vorgang zeigt, wie zahnlos, wie angepasst diese alte Opposition ist. Im Altparteien-Zirkus sind Grüne und FDP wie dressierte Hündchen. Christian Lindner und Anton Hofreiter sind die Pudel der Regierung. So muss man es sehen. Am liebsten wäre denen wahrscheinlich, wenn es gar nicht mehr debattiert würde. Wenn der Bundestag die Bundesregierung nur noch stumm abnicken würde, alles was die macht. Aber das ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen debattieren. Parlamentszeit ist AfD-Zeit.